Hallo, hier ist wieder der Übungsleiter, der Blind Foods, wie immer, der Heiko. Ich habe heute euch einen Tanz ausgesucht, der heißt der Waterloo. Die Musik ist natürlich von ABBA, die kennt jeder. Es sind zwei Preise-Accounts, vier unterweilen in der Meteor-Light-Dance. Eine Runde möchte ich in euch mal erklären, die andere Runde mit Musik. Er bringt natürlich an mit dem rechten Side-Chuffle und mit dem linken Back-Rock. Das heißt, ein Side-Chuffle mit Back-Rock und das gleiche mit links. Ein Side-Chuffle-Behind-Drehen und dann kommt die Spitze, rechte Spitze nach vorn, rechte Hacke nach unten, mit dem Step-Down, halbe Drehung nach rechts. Bis dahin noch einmal von vorn, fünf, sechs, sieben, acht. Ein Side-Chuffle, ein Rock-Step, ein Side-Chuffle, behind-Sein. Jetzt kommen, eins, zwei, ein Step-Türm und das gleiche mit links. Spitze nach vorn, Hacke nach unten und eine volle Drehung oder Voll-Türm nach links. Das ist rechts, links. Hier stehen wir auf dem linken Fuß. Danach kommt zweimal ein Kick-Ball-Step mit rechts. Ein Kick-Ball-Step, ein Kick-Ball-Step. Mit rechts Rock-Step. Rock-Step. Auf dem linken Fuß eine Vordeldrehung nach rechts. Rechter Fuß mal rechts. Und linker Fuß kreuz über rechts. Die nächsten Schritte sind mit rechts wieder anfangen. Ein Side und Side und Side. Eine Vordeldrehung nach rechts mit dem rechten Hook. Die letzten Schritte, rechter Schritt nach vorne, linker Touch dran setzen. Linker Schritt nach hinten, rechter Touch dran setzen. Ich zähle dir mal ein. 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eine Runde mit Musik. 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 So, ich hoffe euch. Ich befehle dir ganz und ich sehe dir mal überall zu tanzen. Wenn ich mal zu euch irgendwo zur Light Dance Party bin und ich kann mit denen euch mittanzen. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss, da Heiko.